Ich bin so dankbar für das, was ich tun darf. Hallo, mein Name ist Tanja Hansen von CatSetting Saarland und ein ganz kurzes Update, was ich heute gemacht habe. Heute durfte ich ein Tiergespräch führen, zum Beispiel mit der Kara. Ich hatte aber nicht nur dieses, sondern noch ganze drei weitere. Und meine Unterstützung läuft gerade zum Futternapf. Und hier ist es auch immer sehr, sehr wichtig, innerlich gut ausgerichtet zu sein, wenn ich mit den Tieren spreche und voll und ganz für die Tiere da zu sein. Und ja, gut ausgerüstet bin ich natürlich mit gutem, klaren, reinen Wasser und mit meinen ganzen Helferlein. Danke für euer Vertrauen.